Da bin ich wieder zurück zu Let's Play Bully. Und ja, was natürlich ziemlich logisch ist, man hört die Klingel der Schule bis hier. Wieso nicht? Die Schule ist zwar nur die ganze Stadt weit entfernt. Dann noch mit einem ganzen Lärm hier. Wieso nicht? Okay, dann müssen wir sagen, hauen wir mal ab. Gucken wir mal irgendwann an, dass wir hier rein. Ups, ja. Ähm, war da hinten noch ein Fahrzeug? Ähm, nein, aber dann nehme ich einfach, dass sowas nicht steht. Ist ja egal. Ja, hier auch. Ey, so. Ja. Ah, ah, ich will jetzt zu so'n Bus. Bus geht. Ist halt eine Stelle. Ähm. So, hier ist einer. Aber die sind auf Polen. So, komm. Nein! Du sollst nicht da drauf. Oh, ey. Ist so dumm schon. Schule bis. Ja. Okay. Dann fahr mal kurz zur Schule. Machen kurz, machen das, was danach nachkommt. Ach, vielleicht auch egosche Mission. Und ja. Gucken dann, was wir dann machen. So, dann renn mal, Jimmy. Wir wollen ja nicht den ganzen Unterricht verpassen. Ich glaube, es geht bis halb zwölf. Ja, ich glaube, halb zwölf. Hört's auf. Deswegen hau mal ein bisschen rein. Ähm, gut. Ich hab auch beim letzten Mal, als ich so'n noch'n bisschen selbst gespielt hab, da hab ich ja mehr Unterricht und so'n gemacht. Ähm. Hab ich gemerkt, dass Kunst jetzt auch ziemlich schwer wird. Ähm. Aber na gut, ich versuch's einfach. Ey, komm, ich möcht' grad zum Unterricht. Wo ist das Problem? So, dann will noch ein anderer Hilfe von mir. Warum suchen die ja nicht den, der... Die anderen haben natürlich kein Unterricht, oder so. Naja. Ist ja nicht so wichtig, oder so. So. Gut, ähm, hallo. Oh, und schon ein Leben. Weg. Zack, Alter. So, und ich hab gemerkt, ähm... Die Radiergummi-Teilchen... Ähm, die können nur Linien kaputt machen. Und die Scheren... Können nur uns an sich kaputt machen. Aber nicht die Linien. Oh, warte, komm, Radiergummi. Ähm. So, das ist ziemlich geil jetzt. Ich glaub, das möchte ich auch noch mal kurz haben. Was auch immer da jetzt passiert ist. Ich hätte mal, dass eigentlich die Gegner kaputt gegangen sein sollen. Egal. Nein! Ähm. Nein, da kommt die Schere. Ich möchte, dass was da hinten ist. Ich glaub, dann sind wir schneller. Ähm, aber jetzt wird's ziemlich schwer, weil die so... ... auf einem engen Raum sind. Besonders die Radiergummi sind. Okay, jetzt sind wir schneller. Ähm, so, da haben wir jetzt wieder eine Bombe. Bam! Und wir haben's. So, und diesmal... ... sitzt sie, glaub ich, ein bisschen anders. Ansonsten ist da, glaub ich, nichts... ...nicht anders im Bild. Nicht anders im Bild. Gut, Timmy. Gut, hätten wir das auch. Es war leicht. Da, wir gehen. Done. Toll. Ähm, ja. Ähm, ne, da kommt Lehrer. Das ist gut hier. Ähm, ja, ich hab noch gemerkt, das wusste ich noch nicht. Die Spinnen, die wir geknackt haben, werden zu solchen blauen Spinnen, wo wir uns nun verstecken können. Warum bin ich ein armer Loser? Warum, warum bin ich ein armer Loser? Ich hab überhaupt nichts getan. Hä, was ist denn das für ein Verhalten von den Lehrern? Ihr kommt einfach dran vorbei und dann... Nö, ein bisschen armer Loser. Scheiß Penner, Alter. Ja, ich weiß, ich muss hier jetzt zur Bibliothek. Ey, hau ab, hau ab. Wie kann man da nicht abhauen, ey, das ist totale Scheiß. Egal, was ist da drin. Ja, komm, vorhin. Ich hab' geholfen, Alter. Was soll der Scheiß? Ich will keine Praline. So, komm, hau ab. Schlossknacken. Nein. Nein, hau ab, hau ab. So. Ich denke, Mr. Burton wirklich hat jeder. Ja. Das kann gut sein. Das Mr. Burton ist jeden fast. Das heißt, Männer? Ja. Ist das noch irgendwas? Ja, wahrscheinlich so. Fertig ist ja noch irgendwas drühen. Benutzen, nein, weil wir jetzt nicht benutzen. Ähm. Gut, ähm. Entschuldigung, Pedestrier. Ja, gut. Gleiches 1 Uhr, dann fängt er nicht zu unterricht an. Den machen wir dann auch noch kurz. Ähm. Warte mal, was will denn dann dran kommen? Sport eventuell? Ne, Sport. Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit. Fotografie. Musik. Mathe. Na gut. Ich würde sagen, wir speichern einfach mal. Wir haben schon längere Zeit nicht gemacht. So. Jo. Ähm. Ja, ich spreche jetzt nur noch zweimal. Ich glaube, das reicht eigentlich. Hopkins, ist es? Und wir haben schon 14,81 Prozent. Fertig. Mit den ganzen, ähm, mit den ganzen Unterrichten und den ganzen Sachen, die wir schon gefunden haben, denke ich mal. Das sind das so insgesamt 14 Prozent. So. Gleich fängt der Unterricht an. Achso, ich hätte mich eigentlich nur unziehen können. Egal. Ich wette mit euch, Sport. Ähm. Ja, Sport. Oder irgendwas anderes. Was draußen ist auf jeden Fall. Nein, Sport. Gut. Hoffentlich kommt wieder Boxen, damit wir ein bisschen neue Moves vorschalten können. Ähm. So, okay, er kann doch, er war Zäune. Hat ich jetzt das letzte Mal nur irgendwie verdrängt. Egal. So. Ach. So, ich kann auch noch ein bisschen abkürzen. Oder? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Schwänzen. Ey. Ich bin so schnell, wie es geht. Wenn die die Sporthalle so weit wegbauen, dann kann ich auch nicht mehr. Nichts machen. Tut mir leid. Und ich glaube, hier nachgucke ich mich auch erst noch mal ein bisschen um. Also allgemein in der Schule, hinterm Sportplatz und alles. Ja, komm, gering. So. Dann mach mal kurz Sport. Ähm. Ist hier vielleicht mal ein Spin zu knacken? Ja, da ist über einer. So, naja. Nervig irgendwie. Das ist ja scheiße, ne? Bah, bah. Oh, zack. Zack. Ja, ich weiß jetzt übrigens auch, ähm... Wie man Leute in Spindel sperrt. Und zwar muss der Spind geöffnet sein, also... Ähm, muss der blau sein. Und, ähm... Dann einfach... ...einen halten, also so festhalten. Und dann... Okay, das war jetzt nicht richtig halten. Und dann einfach... Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Aber ich spiel Fußball. Das war so... Das war's... Wie dreistisch. Bah, und das ist aber auch noch was drin. Das ist wie so'ne komische Karte. Ich bin der, das war's für das. Gut. Noch mal ne Karte. Noch mal kurz einbricht. Ich mach jetzt einfach irgendwie das Geding. Das geht schneller, sehe. Okay, ihr frecklose Maggots! Wir spielen für den nächsten Mal! Du hast keine Chance gegen Team Nerid! Warum probierst du das? Du bist ziemlich dumm, wenn du das versuchen willst! Wir haben die Kraft von Lentipp hinter unserem Team! Du weißt, ich bin sicher, dass du das in der Erde in der Erde bist! Entschuldigung! Geh weg! Ich zeige dir, wer der Beste ist! Woher gehts? Entschuldigung! Du musst dich bereit sein, weil ich bereit bin! Stopp pretend, dass du eine Chance hast! Das ist mein Zeitpunkt, um zu sagen! So einfach wissen Sie das! Ich bin bereit für die Wunschung! Du wirst die einzige勝re, die du in der Welt gewonnen hast! Ich wusste, du warst ein Loser! Aber du wirst doch nicht sein! Ich bin besser als du! Nein! Nein! Na, fang ihn doch! Wir sind nicht gefährdet! Ich zeige dir, wer der Beste ist! Ich! Na los. BAM! Hat er gefangen. NEIN! Scheiße. Und eine letzte Runde auch mal. Wer ist das? Scheiße! BAM! Alter! Du vergisst, dass ich ein Ex-Wer. Hey! Ich zeige dir, wie du siehst! Ich zeige dir, wie du siehst! Oh, ja! Wie ist das denn? Wir sind immer wieder rich! Ich rock! Das ist fertig. Ich würde sagen, das machen wir mal ganz schnell. Ähm, Kopf. Warte mal. Wir hatten doch noch was freigeschaltet. Schädelmaske? Nein. Äh, Kürbiskopf? Ja, den können wir jetzt auch anziehen. Brauchen wir aber nicht. Eiffelturm. Genie-Perücke? Ach Gott. Sturzeln? Nein. Banditmaske? Nein. Ach Gott. Nein. Kein. Kein Ding. Ähm. Drückenkopf noch den. Nein. Switcher-Skelet. Das war das. Ähm. Gut. Machen wir das so. Ähm. So, und dann gucken wir uns jetzt mal noch ein bisschen um. Auch vielleicht hier nochmal. Ähm, kann ich auch hier rausgehen? Ja, kann ich. Gut. Ähm. Ähm. Können wir hier Basketball spielen? Was kommt aus? Mann. Skies! Bass mal. Schwiebel. Ja. Das ist voll 도et. War eine rieseng Ayşe. Sion. Also, du sagst wirklich. Witzig krass. B cannabis und nenn ihr Mond. B마寂. AMoment. Es sch recuperen! Was steht da? Niener, Niener You suck You'll never hit me Hä, was ist denn das da hinten? Ich erkenne das wirklich Ja, letztlich sitzt man da hinten Aber wie ändere ich das denn? Hä? Also Bam, Alter, in die Fresse Bam, 1,50 So muss das Wie dreist das ist Schießt auf das Kind, das ist gar nicht Gute Aufgabenstellung Liegt hier noch irgendwo was? Nein Nee, kann ich hier noch irgendwo was? Einfach mal ein bisschen rumgucken, ein bisschen erforschen Vielleicht finden wir ja noch ein paar Sachen Benutzen, nein, wo auch jetzt kein Stuh? Noch Gummiband, nein, aber hier ist nur noch ein Gummiband 22 haben wir schon Ach, schuss Was haben wir hier noch auf Frisbee hinein? Oh, nicht Was ist das? Oh, jetzt hab ich mich schon wieder hier noch ein bisschen Naja Soll mir jetzt eigentlich egal sein So, was haben wir da hinten? So ein blaues Ding Was ist das? Balljungle, ja, sicherlich nicht Da hinten ist auch anders Doch, da war irgendwas glänzendes Aber ich schätze mal, das war so eine komische Karte Obwohl man von hier ausdeichen kann Da Ne, juckt wohl, war öde Wo ist denn? So, aber ich seh grad, ich mach hier einen kurzen Schnitt Wir sehen uns gleich wieder Bis dann